Tarsus Wasserfall, der von Vergangenheit zur Gegenwart fließt, mit seiner Natur und Geschichte. Das kühle Wasser des Berdan, meterhoch, streichelt die Geschichte einer Stadt. Es ist ein Wunder, dass die Natur in römischen Grabkammern zum Leben erweckt wird. Die Zeit im Schloss der Natur mit der Aussicht vom Sonnenuntergang, den Geräuschen von Vögeln und Brücken, die Frieden geben. Ein Schatz, in dem Geschichte und Natur Hand in Hand gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017